Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Video. In dem heutigen Video geht es wieder mal um VPN, um keine iOS-Aktualisierung mit VPN-Änderungen, sondern um eine App, mit der ihr VPN auf eurem iPhone nutzen könnt oder iDevice allgemein. Hier ist der Ordner mit den Apps. Es gibt drei Apps von Onavo, die heißen Onavo Extend, Onavo Count und Onavo Protect. Ja, die heutige App heißt Onavo Protect. Öffnen wir einfach mal. Genau, die App hat gestartet. Das ist jetzt die App. Sehr simpel eigentlich aufgebaut. Und hier oben seht ihr einmal, hier steht Protection is on, in Klammern Wi-Fi secured. Das heißt, wir haben über einen gesicherten Wi-Fi-Zugang, ja, sind wir gerade im Internet unterwegs. Und hier steht auch, wann das zuletzt geupdatet wurde, also zuletzt geprüft wurde. Und zwar um 2.53 Uhr, also vor einer Minute wurde das geupdatet. Dann hier protectet wir VPN. Das heißt, wir sind in dem gesicherten Internet-Zugang. Es gibt nichts zu berichten, also alles ist gut. Wir haben keine Bedrohungen oder so erkannt. Und dann hier, welcome to Onavo Protect. Klicke hier für Details, klicken wir mal drauf. Und dann sehen wir jetzt hier, ja, Onavo Protect keeps you, bla 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 bla. Das heißt, es gibt so zwei Logos. Einmal, you've visited, ja, dass wir eine schlechte Seite oder eine schädliche Seite besucht haben. Oder, dass wir eben Daten an eine unsichere Seite geschickt haben. Das sind die beiden Symbole. Und die werden uns dann hier oben angezeigt, wo jetzt aktuell die grüne Schrift ist. Also hier. Aber da es nichts zu berichten gibt, steht hier auch nichts. So. Dann klicken wir hier rechts oben auf das Zahnrad. Da sind wir in Einstellungen. Und, ja, hier können wir einfach die Einstellungen überprüfen ändern. Ist nicht wirklich so wichtig. Ja, ich finde die App persönlich richtig, richtig cool. Von Onavo gelungen. Da es auch mal jetzt unter Zeit war, dass es für iOS eine App gibt, die einen im Internet ein bisschen beschützt. Und, ja, dass man eben keine Angst mehr haben muss, um irgendwie angegriffen zu werden oder so. Was bei iOS ja eigentlich sowieso so gut wie unmöglich ist. Aber trotzdem, man kann nie sicher genug sein. Ja, war es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Den Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.